Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Kokli Bucket List. Heute wieder mit uns beiden. Juhu! Wie immer sind ganz 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 tolle Ideen zusammengekommen, die ihr uns in die Kommentare geschrieben habt, was wir tun sollen. Und die sind natürlich jetzt auch alle hier in unserem schönen Bucket drin. Ich würde sagen, du ziehst einfach mal. Ja, geht mal kegeln oder bowlen. Ich hab Bock drauf. Warst du schon mal bowlen? Ich glaube das letzte Mal bei irgendeinem Kindergeburtstag oder so. Das ist schon ewig her. Bei mir ist das immer so ein Glücksspiel. Also mal bin ich saugut, aber mal auch richtig schlecht. Dann hoffe ich, dass du schlecht bist und ich deswegen gewinnen werde. Übrigens Leute, wenn ihr jemanden habt, der mir unbedingt mal Danke sagen möchtet, also vielleicht der Mama oder der Oma, beste Freund, Papa, Freund, Familie. Genau. Dann geht unbedingt jetzt mal auf den Link in der Infobox. Kok unterstützt das Ganze nämlich mit einer sehr sehr coolen Aktion. Also, wenn ihr jemandem Danke sagen möchtet und jemanden überraschen möchtet, dann wisst ihr Bescheid. Link in der Infobox und wir drücken euch ganz schön die Daumen. Schwiegen Glück. Ja, wir sind angekommen, Marie. Wollen wir uns erstmal ein bisschen warm spielen. Also entweder so Air Hockey oder wir boxen ne Runde. Wer glaubst du ist stärker? Ich glaube ich bin stärker. Ach, Start drücken. Guck mal. Können wir ja lang warten. Also drücke ich da drauf? Ja. Oder wie? Schlag mit der Faust auf die Birne. Okay. So, schlag das mal, ja? So, jetzt bist du dran. Pressure is real. Hast du hier gemerkt, was du hattest? Hier 375. Wir sind ziemlich gleich, oder? Sehr gut. Ja, wir waren ungefähr gleich. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Air Hockey. Ab zum Air Hockey. So, wir probieren uns jetzt am Air Hockey. Wo soll das reingehen, weil das vor, ne? So, so, so is it. Dann? Eigentlich easy. Los geht's. Ich habe das Geld, ich werfe es mal ein. Schau, und es bewegt sich, weil da Luft rauskommt. Ah! Genau. Ach, deswegen Air. Genau. Ah! Wow! Not bad. Das macht Spaß. 2! Dafür, dass du es noch nie gespielt hast. Wow! Das geht so schnell. Oh Mann! Gibt's ja nicht. 15 Sekunden hast du noch. Fünf, vier, drei, das wär's jetzt auch noch gewesen. Okay. Aus. Hey. Gut, oder? Haben wir gut gemacht. Marie, bist du aufgewärmt jetzt? Ich bin sowas von ausgewärmt. Ich bin schon fertig so. Ja, ne? Meine Arme sind schon richtig. Also, dann würde ich sagen, können wir ins Bowen gehen, oder? Let's go. Also, größter Respekt an alle, die diese Sportart betreiben. Wow, und wir haben jetzt das Schlitten, die Kugeln ganz schön schnell vorbei, ne? Wer spielt da gerade? Das Team, ne? Das Team spielt jetzt nämlich auch gerade. Können wir euch ja mal zeigen. Und der Kameramann. Ui, Micha ist drauf. Ja, ne? So. Wir machen einfach schön Pause. Genau. Und dann gehen wir noch mal alles. Cheers. Ja, also, ich finde alleine spielen eher langweilig. Ich glaube, wir brauchen einfach auch Teams. Richtig. Mit denen wir so richtig arbeiten können. Unser Team hier hat sich ja jetzt schon warm gemacht, ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, wir suchen uns einfach abwechselnd jeder zwei aus. Ja. Und dann mal gucken, welches Team liegt. Genau. Die haben sich auch schon ganz nett in der Reihe hingesetzt. Hingesetzt. Ah, schön. Das ist Ole, das ist Micha, das ist Sibylle und das ist Tom. Oh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Marie, du darfst, du darfst, du darfst, du darfst ja als erst jemand aus. Ich darf zuerst mit aus. Ja. Wen nehme ich? Ich hätte gerne... Micha! Nein! Okay, jetzt bist du. Okay, wen nehme ich denn? Ähm, ich würde Tom nehmen. Das ist auch so ein Glücksspiel bei ihm, glaube ich. Deswegen passen wir ganz gut zusammen. Oh, jetzt ist ja richtig schwierig. Ich nehme... Sibylle. Tut mir leid, Ole. Ja, und ich nehme... Ach, Ole. Du darfst mitkommen. Marie darf anfangen. Snooki aus Team Snooki fängt an. Oh, ich krieg vielleicht einen! Einen! So, komm. Oh, nein! Wow, so schlecht war ich ja nie. Das lief! Nein! Sollen wir für dich die Bande hochklappen? Guck mal, nicht mal dein Team glaubt an Wursch. Naja, doch noch gemacht. Schön aufgerissen. Go, Sibylle, go, Sibylle! Sehr gut, fantastisch! Und jetzt noch mal! Wow! Sehr gut gemacht! Sibylle, was ist denn los? Ah! Du weißt, ich setz... Ja, Ole, der bereitet sich gar nicht vor. Weil der völlig verzweifelt ist. Ein bisschen mehr Motivation vielleicht, Ole. Jetzt kommt der Profi und der reißt uns für uns alles wieder raus. Aber auch nur Glück bei Micha! Okay, ganz okay. Am besten Strike! Ja! 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 Okay! Siehst du, ich hab's doch gesagt. Du hast es verkackt. War gut, gell? Ja, der geht schon ziemlich auf die Mitte. Oh! Yes! Achtung! Nicht umfallen! Juh! War ein Speer! Sibylle! Eieiei! Genau! Genau in die andere Richtung! Ja! 45 haben wir! Und die anderen haben 37! Ruhig sein! Ja! Oh! Oh! Ja! Nicole! Oh! Oh! Und daneben! Nein! Scheiße! Verlieren! Hey Sibylle! Ganz ehrlich, was ist denn los? Oh! Mega! Nicht zu verraten! Der ist gut! Ah! Oh! Tolle Figur! Ganz tolle Figur! Durchschwingen und... Top! Sehr gut! Ja! Ja! Die Äußeren! Zwei! Ah! Nein! Ja, ne? Also steht final 97 zu 66. 97 für Team Snooki. Wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Wir haben gewonnen! Schön! Ja, Marie! Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht! Oh ja! Oh ja! Du hast dich tapfer geschlagen! Ja, du hast dich auch sehr gut angestellt! Auf jeden Fall! Und wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen! Wenn ja, dann habt gerne einen fetten Daumen nach oben da! Und schreibt uns unbedingt weitere Ideen in die Kommentare! Ja! Was wir in Zukunft auch so machen sollen! Und dann sehen wir uns auch schon ganz bald wieder! Genau! Bis bald! Tschüss! Da sind wir auch schon in der Öhnkorn! Wuhuuu! Wenn ihr jetzt gerne noch mehr coole Videos sehen möchtet, jetzt da zur letzten Bucketlist-Folge! Hier zum letzten Ask Coke TV! Und hier gibt es eine Vorschau auf nächste Woche! Wow! Wieso krieg ich immer diese richtig feinlichen Aufgaben? No one can stop me when I taste the feeling! Oh man, das ist so feinlich, Freunde! Ja! 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 Ja!